Er ist unser Minister für Verteidigung und Sport. Und ich durfte ihn zweimal interviewen, vor vielen Menschen, und zweimal sagte er so einfach heraus, ja, ja, ich bin zwar Sportminister, aber ich bin ein ganz klarer Rapid-Fan. Herzlich willkommen, Hans-Peter Toskozil. Schönen guten Tag. Lieber Herr Minister, ein Rapid-Fan ist ein sehr kritischer Fan. Die Latte liegt immer sehr hoch. Man sagt, Rapid ist Rekordmeister, also will man das Beste erreichen. Wie ist das bei dir? Bist du so ein Fan, der sagt, ja, es ist eh okay, oder bist du schon einer, der sagt, nein, nein, das ist für Rapid zu wenig? Ich meine, ja, ein Rapid-Fan ist schon sehr kritisch, und man will natürlich, weil man ja im Herzen mitlebt mit Rapid. Man will Erfolge, man will den Meistertitel, man will gewinnen, man will vor allem das Darby gewinnen. Aber eines darf man, glaube ich, nie vergessen, auch wenn es manchmal nicht so gut läuft, ein Rapid-Fan ist auch ein treuer Fan, und das ist, glaube ich, wichtig.